Gut. Bereit? Jawohl. Perfekt. Ja, ich mache es kurz. Sonst mache ich ja immer so drei Stunden. Hier sein kann und wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und wünsche auch, dass es ein schöner Abend wird. Ich freue mich als Erster, hier sprechen zu können. Wir reden heute, es ist ja auch dunkel hier, wir reden heute über einen Blindflug und machen noch eine kleine Rechenaufgabe. In einer Viertelstunde ist es nicht mehr Zeit, als eine Rechenaufgabe der dritten Klasse zu bewältigen. Was Sie vielleicht schon gerade gesehen haben, also ich bin Tom Lausendatenanler, ich bin ja gerade angekündigt worden, was Sie schon gesehen haben, ist, dass eigentlich auch Herr Mückstein eingeladen war. Wer kennt ihn nicht? Ach guck, der ist bekannt. Das ist gut. Herr Mückstein hatte nämlich gesagt, die Impfung sei sicher. Und ich habe mich ihm ein bisschen versucht anzupassen, damit so ein kleiner Mückstein-Moment, ich hörte, er kann heute nicht, ist glaube ich krank oder so, man weiß es nicht. Aber ich habe den Mückstein-Moment an den Füßen. Ja, also das mit der FFP2-Maske, das klappte bei mir nicht. Er hat vielleicht seine Krankheit an dieser Stelle bekommen, als er seine Maske abnahm, aber die Turnschuhe hat er noch an. Entscheidend ist, dass er sozusagen die kommenden Impfstoffe als sicher angesehen hat und er, und das kann ich ausschließen und vielleicht auch seine Kollegen, ja, also dass die Impfstoffe sicher gewesen sein sollen, das kann ich ausschließen, dass man das tatsächlich bestätigen konnte. Darüber reden wir heute. Impfstoffsicherheit ist ein Thema nicht des RKI und nicht des RKI-Leaks. Es gibt zwar in den RKI-Corona-Krisenstabsprotokollen einige Passagen, wo man sehen kann, die Impfungen sind dann doch irgendwie ein Problem und man war ein bisschen in Panik und dann war es AstraZeneca. Ich könnte da ganz viel zu sagen. Ich habe leider im Moment nur eine Viertelstunde. Das macht mich so ein bisschen nervös. Und wir reden aber ganz schnell über Impfstoffsicherheit und zwar über die zweite Oberbehörde in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es hier sowas auch gibt im kleinen Österreich. Also es ist ja ein tolles Land, aber klein. Und wir haben halt so ein tolles Institut beziehungsweise eine Institution, die Oberbehörde Paul-Ehrlich-Institut. Hat das jemand schon mal nicht gehört? Doch, kennen Sie alle, ne? Die haben die Aufgabe, nicht nur zuzulassen, sondern wenn sie das zugelassen haben, müssen sie sich selbst kontrollieren, ob das jetzt schlecht war. Das ist per se schon mal so eine Art Problemsituation, die man aber mit Mathematik lösen könnte. Und da mein Vortrag heißt, im Blindflug zum Bundesverdienstkreuz, ahnen Sie schon, was jetzt kommt. Wir rechnen jetzt zusammen. Ich muss vorher kurz ganz für alle erklären, Pharmakovigilanz ist die Überwachung und Bewertung, also ich erkläre den Begriff, und Bewertung von Nebenwirkungen und Sicherheitsrisiken von Arzneimitteln nach der Zulassung, um die Patientensicherheit zu gewährleisten. Und das müssen die machen. Ja, das ist auch gesetzlich festgelegt. Sie umfasst die Erfassung und Analyse und das Management von Meldungen über unerwünschte Wirkungen, also in diesem Fall von sogenannten Impfungen. Ich mache fast immer Anführungszeichen, wenn ich es mal vergesse, bitte sehen Sie es mir nach. Post-Marketing-Überwachung, das ist so ein Anglizismus, den ich nicht so mag. Das ist ja eigentlich das Überwachen, nachdem etwas am Menschen dann ausprobiert wird. Ja, dann wissen Sie erst richtig, ob es klappt oder nicht. Bezeichnet die Phase nach der Markteinführung eines Medikaments oder Impfstoffes, in der weiterhin Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit gesammelt werden, um neu auftretende Risiken zu erkennen und die sichere Anwendung zu gewährleisten, wäre der Job vom Paul-Ehrlich-Institut. Jetzt ist es nur blöd, dass ich immer Fragen stelle und Bundestagsabgeordnete bitte, diese Fragen dann auch einzureichen bei der Bundesregierung. Sie sehen, vom 23. Oktober, also gerade mal vier Tage her, gibt es eine neue Antwort vom Bundesministerium für Gesundheit in Deutschland. Und zwar hat Herr Prof. Dr. Edgar Franke, der Staatssekretär, geantwortet auf folgende Frage. Ich wollte nämlich wissen, und vielleicht wollen Sie es auch wissen, ich habe mir so gedacht, naja, wenn man so 20 Jahre mit Impfstoffen, Arzneimitteln, Medikamenten und so zu tun hat, dann hat man ja auch Nebenwirkungen. Davon haben Sie ja alle schon mal gehört. Und diese Nebenwirkungen werden ja irgendwie in diesem Institut auch erfasst, im Paul-Ehrlich-Institut. Und jetzt wollte ich wissen, wie viele Leute hattet ihr denn, bevor ihr diese sogenannte neuartige Impfung hattet, wie viele Leute hattet ihr denn zur Nebenwirkungsüberwachung? Vielen Dank. Vielen Dank.